Wohnmobilisten sind gerne auch in Großstädten unterwegs und hier stellt sich immer wieder die Frage, wohin stellen, wo gibt es einen guten, sicheren Stellplatz, wo man auch relativ rasch im Stadtzentrum ist. Wir haben uns diesmal Wien ausgesucht und sind sehr rasch fündig geworden, denn seit einiger Zeit gibt es den ersten Reisemobilstellplatz Wien. Bequem von der Autobahn nach wenigen Kilometer erreicht man den sehr gut ausgestatteten Platz mit einer großen Einfahrt und nur 150 Meter von der nächsten U-Bahn-Station entfernt. Man wird gleich bei der Ankunft im Wohnmobil von den überaus freundlichen Mitarbeitern willkommen geheißen und mit einer kurzen Erklärung ausgestattet, kann man sich seinen Platz selber aussuchen. Hier beginnt die erste Herausforderung, denn ein Platz ist schöner als der andere und da fällt es einem schon sehr schwer, sich zu entscheiden. Die Wege zu den Plätzen sind sehr großzügig ausgestattet, sodass man auch mit großen Mobilen keine Probleme beim Einparken hat. Wenn der Platz gefunden, das Wohnmobil ordentlich geparkt ist, dann geht es zur Anmeldung. Das freundliche Personal steht mit Rat und Tat zur Seite, um den Aufenthalt so angenehm als nur möglich zu gestalten. Dort sage ich herzlichen Dank und bis bald. Dankeschön! Wir machen uns auf, den Platz zu erkunden und um uns die Infrastruktur genauer anzusehen. Hier sind wir beim sehr großzügig ausgelegten Sanitärbereich. Auch die Bezeichnung Tröpfelbad ist richtig wienerisch und mittels eines Codes gelangen wir in den inneren Bereich der Sanitäranlagen. Die Fähr- und Endzeugung ist so ausgelegt, dass es kaum Wartezeiten gibt. Die Stellplätze sind nummeriert, mit natürlichem Grün abgeteilt und verfügen über einen Stromanschluss. Was sagen die Besucher zu diesem Stellplatz in Wien und wie haben sie ihn gefunden? Ganz toller Platz, sehr familiär, sehr überschaubar, wirklich einladend. Super, werden wir wiederkommen. Ich habe gesehen, ihr habt auch Mitreisende, also drei Hunde. Wie ist der Service da für die Hunde? Der Service für die Hunde ist erstklassig. Also hier gibt es einen Äußerlplatz. Wir haben drei Hunde dabei, einen Dalmatiner und eine französische Bulldogge und einen Mischling und die sind da immer ganz begeistert und die können auf den Äußerlplatz gehen und da ist das also ganz, ganz super. Hier sind Hunde sowas von herzlich willkommen. Wir fühlen uns hier sowas von wohl. Wir kommen gern wieder. Wir haben im Internet recherchiert, wie wir das meistens vor den Fahrten machen und dann hieß es irgendwann, es gibt hier einen Stellplatz, was ja für uns Deutsche in Österreich ein bisschen problematisch ist mit Stellplätzen. Und dann haben wir hier mal angerufen, wurden da schon ganz freundlich eingeladen und schon sind wir hergefahren. Also hier lässt sich ein Kurzurlaub wunderbar genießen und wir freuen uns schon auf den nächsten schönen Reisemobilstellplatz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.